Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Ich frage mich, ob ich den hier nehmen kann oder ob ich dabei entdeckt werde. So, okay. Haben wir hier irgendwo eine Sicherheitskammer? Ich würde ganz gerne eine Spontanbedarfsbefüllungsmaschine. Uh, was haben wir denn hier? Taktische Arctic Priest Gas Maske. Die rüsten wir direkt aus. Ich habe vergessen, meine Maske aufzusetzen. So, da haben wir mehrere Leute. Dann schauen wir mal. Äh, okay. Data Mining BD... Oh, das geht gar nicht, ne? 1C... BD 55... 55... So, das ist natürlich doof. Da müssen wir, glaube ich, mal in den zweiten Stock. Und uns einen besseren Überblick verschaffen. Ja. Da haben wir auch welche. Okay. 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 Ja gut, dann werden wir wohl jetzt mal ein Ablenkungsmanöver starten. Okay. 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 Maybe I'm gonna do the same thing. Like, well. Okay. Okay. It's down. Yeah, yeah, we're good. Oh, okay. Und du? Ein-on-one mit Squash? Fuck yeah, du. Wer ist da? Okay, das ist der Van. Aber keine Ahnung von dem Rucker. Ich verstehe was du. Keine Ahnung. Jetzt mit der Van. Okay. Ganz ehrlich? Da hat sich das jetzt richtig bezahlt gemacht. Der Karenzikopfbeschleuniger und so weiter. Okay. Wenn ich hier bin, kann ich mir sagen, was wir schauen? Dataflow map der Pacifica. Sie holen Agwe. Wer sind sie? Netwatch. Sie müssen immer fokussieren. Was sind sie für genau das? Dataforzen. Wenn sie die Krächerin haben, sie holen Agwe und die ganze Netze. Sie zurückkommen in der Darktime von Port Morse. Aber du hast wahrscheinlich was? Web-crawler? Code-mirror? Wir machen. Wir machen. Sie wollen auch sie. Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, wie viel Daten sie holen. Aber ihre Map ist nicht komplett. Sie haben noch keine Sitzung. Okay. Also, was muss ich machen? Sie müssen den Agenten erreichen. Es ist leicht, um ihn zu finden. Schau mal auf ihre Map. Er ist in Cinema. Step away now. This isn't your fight. Ned! What? Placide, what? The god. Pushed out. The runner know you are here. Hunt him. Okay. So what do I do once I find him? I will tell you. The Agent man tries to cut you off. The animals be here soon. Pass through elevator shaft to reach the lobby. Left side. You will stay unseen. The monkey. Wow. Ne. Yeah, right. But maybe we could. Yeah, fuck. What the heck? Fine. Let's do this. That's that... Sicherheitsgeschützturm. Okay. Come on, I swear I won't completely kill you. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. 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 Man, fuck this. Come on, come on. Okay, wenn ich einen Optik-Neustart mache, 10 Sekunden. Kann ich mehrere da rein tun? Okay. Ja, ja. Uh. Wir nehmen die mal mit. Neue Öffnung. Whatever. Cinema. Was? Kehren Sie um. Äh, E9. BD, BD. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Hat die mich umgerannt? Hallo. Ich bin. Ey, nein, nein. Sehe, was going on? Net pick tried to scramble you. Keep focused. I handle it. Aber ich kann ihn nicht weitermachen. Er ist in Simm-Suppwaren mit Alpha-Animals. Geh mit ihm! Ah! Smart-Waffen? Die hat eine Smart-Waffe! Warum? Weil ich jetzt 20.000 habe? Ach, Leute. Ihr könnt doch nicht einfach immer mein Journal ändern. Äh, Journal, Journal. Hier. Downtown, Walk the Line. Danke. Ich habe den einfach mal mitgenommen. So, Moment. Ähm, Inventar. Ich habe eine Smart-Waffe jetzt. Äh... Smart-Pistole. Ja, ich habe ihn. Invade ihn. Wir brauchen die Daten. Clear? Du musst erst... Oh, die Chlor reichen 7, oder? Ich meine, es sind die Chlor reichen 7. Whoa! Hey! Easy. What did you do? Well, now we can talk in private. Just severed the connection to the rest of Pacifica. Gives us a little time. Netwatch Agent. Let's go. Any deal has to come quick. Just a second ago, you tried to flatline me. And now you want to talk. Flatline? No, just discourage. But it looks like I underestimated you. Didn't come all this way to talk. Had a Spectre on you, didn't you? Saw and heard all you did? You followed his orders? No idea what the Voodoo Boys are paying you, but our pockets are deeper. Not interested. Not a money job for me. Just need an end with my mom Brigitte. Voodoo Sheffin. Brigitte and her lapdog T-Neptune have been frozen several days now. Ever since we shrouded their subnet with ice. And you? Well, you were sent here to free them. Do you know why they didn't tell you everything? Cause you're a Ranyan. That's what they call outsiders brought in for special jobs, floor rags. When you're no longer needed, they chuck you. A fate for all Ranyans. You have Brigitte? And how'd you manage that? When we took the mall, we knew the VDBs at SEM Runners. T-Neptune breached first, to see what was going on. When we iced him, Brigitte dove in after him, used him to shield herself. Tough cookie that one, but still finds herself stuck. Got anything to back that claim. But the Voodoo's wanna set me up. Juana. They did it already. Soon as you handed over your link. Slipped in the Spectre and a virus. Talking as if he was there. He's working you. So obvious it hurts. Asked for proof. Science I'd know. That so? Then please take a look. Run a system diagnostic. Fine. Okay. Normal Normal Statistica in Kampf Diagnose. Ich hätte nicht auf ihn schießen sollen Oh nein Okay Ah scheiße Okay, hallo und ein herzliches Willkommen Oh no Oh no Ah! Ja, ja. Ja, komm. Ja, ja. Schön, dass ich das jetzt nochmal machen darf. Ja, wir werden auf jeden Fall noch unseren Spaß haben. Oh, okay. Boss Kemper. Ah. Ich glaube, sie hat genug. Ach so, ja. Ah, Journal. Walks the line. Okay. Fünf. Spärchen ist während eines Kampfes nicht möglich. Invade ihn. Wir brauchen access to their data. Clear? Du musst first... Blisid? Ah. Ja. Auch schön. Könnte ich vielleicht... Pass auf. Ich stecke jetzt mal die Waffe weg. Oh, ja. Oh, ja. Easy. Was hast du gemacht? Okay. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Just sever the connection to the rest of Pacifica. Give us a little time. Oh, oh ja. Ah. Oder so, hat die Waffe weggelekt? Oh ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hmm. Brigitte und ihre Lappdog, T-Neptune, haben sie gefeiert seit ein paar Tagen, seitdem wir sie verabschiedet haben. Und du? Na ja, du hast hier gelegt, um sie zu retten. Hast du, warum sie dir nicht erzählten? Denn du bist ein Ranion. Das ist das, was sie sagen, die Außenseinkern, die in die Arbeitspläne gewonnen haben. Wenn du nicht mehr brauchst, sie schocken dich. Ein Geheimnis für alle Ranion. Du hast, Brigitte? Und wie hast du das? Als wir nach dem Mallen, wussten wir die VDBs von SEM-Runnern. T-Neptune zuerst hat, um zu sehen, was passiert. Als wir ihn verabschieden haben, Brigitte hat ihn nach ihm benutzt, um ihn zu schildern. Das ist schwer, aber trotzdem findet sie sich verabschiedet. Ich habe nichts, um diesen Begriff zu retten. Dass die Voodoos mich aufbauen wollen. Wann? Sie haben es bereits gemacht. So, hoffentlich geht es diesmal nicht schief und bleibt nicht hängen. Und? Nichts aus dem Platz. Keine Tracern. Mach es wieder. Dann cross-check das Ergebnis gegen den ersten. Und? Ja. 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 Ich denke, ich werde nur zu meinem Punkt bleiben. Fair. Wow. 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 Hey, Vy, bist du gut? Gib mir einen Moment. Du sahst einfach wie ihn einen Moment. Danke. Ich habe keine Frage. Oh, ich weiß, was passiert ist. Äh, habe ich das wieder dem Biochip zu verdanken? Ja. 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 Ich bin nicht so, dass ich das bliebe. Gott, ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Kultus machte dich ihre Kamikaze. Wer wird ein Job von uns, Spooky-ass Voodoo Boys? Ja. 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 Ich bin ein Schwerger. Ich bin ein Schwerger. Ja. 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 Wir haben... Ja. 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 Moment, Reflexer, Handfeuerwaffen, Adlerauge, Hinrichtung. Nö, das brauche ich auch nicht. Handfeuerwaffen, Wildwestgeschick. Oh, da habe ich schon eins, ne? Ja, dann nehmen wir das. Hä? Ja, ich bin mal gespannt. Achso, ja, wir sind auch schon wieder über unsere Zeit. Ja, ich bin mal gespannt. Wir müssen jetzt hier raus. Ja, ich bin echt mal gespannt. Die werden sich sicherlich total freuen, uns wiederzusehen. Haben wir hier aber ein Gemetzel veranstaltet. Ja, das ist toll. Ich habe beiden nicht getraut und die einen haben uns verarscht. Ja, nicht gut. Aber auf der anderen Seite, naja. Wir gehen jetzt und reißen jemanden den Arsch auf. Und zwar so richtig. Dich. So. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Hisho. Tschö.